Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Audioaufnahme unserer Veranstaltung in der Reihe der Hausgespräche. Mein Name ist Anne Bohnenkamp-Renken. Ich bin die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, einer der vier Institutionen, die die Hausgespräche veranstalten. Unter dem Titel Zusammenkommen – Alte Sehnsucht neu entdeckt werden wir an vier Abenden unterschiedliche Aspekte eines Themas ausloten, das uns zurzeit aus gegebenem Anlass alle sehr beschäftigt. In dem monatelangen Verzicht auf physischen Kontakt und auf das Zusammenkommen in größeren Gruppen haben wir alle Erfahrungen gemacht, wie sehr uns das fehlt und wie lebensnotwendig das leibliche Zusammensein für uns ist. Wir wollen in vier Veranstaltungen ausloten, was die direkten Begegnungen auszeichnet vor den verschiedenen Formen der indirekten medial vermittelten Geselligkeit, von den Videokonferenzen und Telefonaten über das Radio oder die neuen Formen des Podcasts bis hin zu den traditionellen Medien des Briefs oder der Journale, die alle wichtig und wertvoll sind, aber die direkte Begegnung eben doch nicht vollständig ersetzen können. Aus ganz verschiedenen Perspektiven widmen wir uns dem Wesen der direkten Begegnungen in den Veranstaltungen der vier beteiligten Häuser, also der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, dem Jüdischen Museum, dem Haus am Dom und eben dem Freien Deutschen Hochstift. Anders als gewohnt zeichnen wir die Veranstaltung auf und das heißt auch, dass wir uns heute treffen, bevor die eröffnende Veranstaltung in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft stattgefunden hat. Und natürlich heißt es auch, dass Sie die Reihe der Gespräche später in beliebiger Kombination werden nachhören können. Wie in unserer Reihe üblich, übernimmt das Gespräch im Hochstift auch in diesem Jahr die Aufgabe der Ausleuchtung des historischen Hintergrunds. Wir fragen nach den Formen des direkten geselligen Miteinanders, die für Goethezeit und Romantik prägend waren. Welche Rollen und Formen hat das Zusammenkommen in früheren Zeiten eingenommen? Welche Rolle hat es gespielt? Welche Energien, welche Kraft, welche Anregungen lag und liegt in diesen Formen begründet? Unter dem Titel Sie saßen und tranken am Teetisch widmen wir uns also heute den Salons zwischen Aufklärung und Romantik und ihrem Nachleben. Eingeladen haben wir die Historikerin und Salon-Expertin Petra Dollinger und den Literaturwissenschaftler und Romantik-Spezialisten Günter Oesterle, die miteinander darüber sprechen werden. Frau Dr. Petra Wilhelmi-Dollinger arbeitet mit ihrer Forschungs- und Vortragstätigkeit auf den Gebieten der anhaltinischen Geschichte, der Kulturgeschichte und der Salongeschichte als freie Historikerin. Sie ist mit ihrer grundlegenden Arbeit über die Berliner Salons im 19. Jahrhundert zwischen 1780 und 1914 eine der ausgewiesensten, also die ausgewiesenste Historikerin auf diesem Gebiet und wir freuen uns sehr, dass sie heute zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen, Frau Dollinger. Professor Günter Oesterle von der Universität Gießen ist seit vielen Jahren dem Freien Deutschen Hochstift sehr verbunden und bei uns ein häufiger und gern gesehener Gast. Er wird heute die literaturwissenschaftliche Perspektive einbringen und das vor dem Hintergrund seiner Forschungsschwerpunkte, die zum Beispiel in dem Sonderforschungsbereich Erinnerungskulturen oder im Rahmen des DFG-Projekts zum Andenken und Eingedenken erinnerte Dinge in der Literatur von Rokoko bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mit den Fragen der, mit der Epoche der Romantik und mit den Fragen des Salons sich vielfältig befasst hat. Zuletzt und aktuell hat er sich intensiv mit dem Salon Johanna Schopenhauers befasst, von dem heute auch die Rede sein soll. Ja, ich denke, wir beginnen das Gespräch mit der Frage, was ist eigentlich ein Salon, wann fängt das an, wo kommt das her? Und Frau Dollinger, Sie haben das Wort. Dankeschön. Die Salons sind eigentlich eine sehr alte Tradition schon, entstanden aus den kulturellen Gesprächen humanistischer Damen im Italien des 16. Jahrhunderts, aber dann stilbildend geprägt im Salon der Marquise de Rambouillet in Paris um 1600. Hier sind also die Traditionen, die dann auch weitergegeben werden. Es ist gewesen eine Fusion zwischen dem Savoir und dem Savoir-vivre. Es ist gewesen eine Geselligkeit, die sich ein bisschen von der höfischen Geselligkeit mit Etikette und allen möglichen Standesschranken absetzte. Es ging eigentlich darum, die alten humanistischen Ideale des Geistesadels in den Mittelpunkt zu stellen, gemeinsame literarische, wissenschaftliche, künstlerische Interessen, Musendienst in jeder Form. Und es ist gleichzeitig eine Art Reformgeselligkeit gewesen, auch eine Art Generalprobe der Frauenemanzipation, weil im 17. Jahrhundert Laien und Frauen zunehmend aus dem institutionalisierten und sich immer weiter institutionalisierenden Wissenschafts- und Literaturbetrieb ausgegrenzt wurden. Und dann haben sie also gesagt, wenn die Frau aufs Haus verwiesen ist, my home is my castle, haben sie nicht gesagt, aber so in der Intention jedenfalls, dann holen wir uns die Kultur ins Haus. Und nach dem Vorbild der Marquise de Rambouillet hat es dann die berühmten französischen Salons des 17. 18. Jahrhunderts gegeben, die also dann stilbildend für ganz Europa wurden. Und in anderen Ländern gab es natürlich zunächst Nachahmungen in französischer Sprache, in Berlin natürlich auch zunächst im Kreise der Königin Sophie Charlotte um 1700, in Charlottenburg, also Lietzenburg oder einzelne Salons der Hofkreise wie etwa Madame de Rucoule, Madame de Camas oder auch die Gräfin Bentink, die in den 17. 1850er Jahren einen französischen Salon in Berlin hatte. Aber das war alles höfisch, genauso wie die Tafelrunde Friedrichs des Großen in Sanssouci. Und deutsche Salons gab es damals noch nicht. Erste Ansätze versuchte die Zieglerin in Leipzig und die Gottschädin in Leipzig, aber das waren isolierte Sachen. Auch so wie viel von La Roche in den 1770er Jahren hier in Koblenz, ihren Breitstein. Das waren Versuche, sowas in deutscher Sprache dann auch nachzuahmen, beziehungsweise Deutsch und Französisch. Das mischte sich dann auch gerne. Aber das Interessante ist jetzt gewesen, dass in Berlin es jüdische Frauen waren, die diese französischen Ideale übernahmen, aber auch mit einem speziellen deutschen preußischen Lokalkolorit versahen. Und sie haben also Salongeselligkeit in Berlin gemacht. Und das Interessante ist eben, Berlin, Preußen ist vergleichsweise rückständig, randlagig zu Europa arm gewesen. Also nicht zu vergleichen mit dem Pariser Adel, mit dem Londoner Adel. Und insofern war eine spezielle Situation da. Es gab einen Hofadel, aber das Berliner Bürgertum war eine schmale Schicht und das entwickelte sich damals erst. Und zunächst gab es eine sehr, sehr lebhafte Vereinskultur. Uta Motschmann hat 160 Vereine zwischen 1786 und 1815 nachgewiesen. Und jetzt ist das Besondere gewesen, dass junge jüdische Frauen, die literaturbegeistert waren, die Goethe lasen, sozusagen als Ersatz-Bourgeoisie, wie Steven Lovenstein es genannt hat, auch Salons gegründet haben, die man damals aber noch nicht so nannte. Genau, also jetzt sind wir schon in einem weiten Sprung gleich bis ins 19. Jahrhundert gesprungen. Die Anfänge sind, wie Sie ja geschildert haben, schon im 18. oder sogar schon im 17. Jahrhundert. Und nochmal, ich fand sehr interessant Ihr Stichwort, diese Verbindung zwischen Savoie und Savoie-Vivre, weil das ein bisschen ja auf unseren Punkt kommt, was macht den Salon eigentlich zu einer besonderen Kommunikationsform, gerade vor unserem Hintergrund der Frage nach dem Vermittelten oder Unvermittelten begegnen. Es ist eben nicht nur das Savoie, was man womöglich genauso gut in Briefen oder in Journalen austauschen kann, sondern es geht auch um Savoie-Vivre. Also es hat immer auch etwas mit der unmittelbaren, lebendigen Präsenz zu tun. Und vielleicht, bevor wir uns dann gleich natürlich zu der Rolle der Frauen und zu der Rolle der jüdischen Frauen begeben, vielleicht noch, da würde mich freuen, wenn Sie denjenigen, die jetzt in der Salonkultur nicht so zu Hause sind wie Sie, noch einen Eindruck davon geben, wie man sich das vorstellen muss. Also ganz konkret, wie trafen sich die Menschen? Was taten Sie, wenn Sie sich in einem Salon begegneten? Und ich gucke immer auch Günter Oesterler an, der gerne sozusagen ... Wir haben also sozusagen den ersten Punkt. Wir haben eine Salonierin, zunächst mal eine Aristokratin, die vermögend war. Das darf man nicht unterschätzen. Und die in Paris eine Belle Etage hatte. Und in der Belle Etage hatte sie, nach und nach hat sich das praktisch herausgestellt, zwei- oder dreimal in der Woche einen Schur fix. Und an dem hat sie eingeladen. Und wir haben ja hier jetzt eine Frage des Zusammenkommens und Zusammenfindens. Und das Faszinierende ist ja, dass der Salon bis ins 19. Jahrhundert eine Konsistenz, eine Grundstruktur hatte, sodass man ohne weiteres sieben, acht, neun Kriterien finden konnte, die man tatsächlich festklopfen kann. Die Salonierin ist klar, die gemischte Gesellschaft von Männern und Frauen ist klar, der Schur fix ist klar, eine Kultur der Unterhaltung, die nicht bestimmte Dinge ausschließt wie Geschäftsinteressen oder professionelles Reden oder überhaupt zu viel Reden, sondern vor allem der Esprit, der Witz, die Konversation pflegt. Also er hat sozusagen ganz bestimmte Stilvorhaben. Und ich komme jetzt zu einem, was Sie fragen, was eigentlich das Zentrum unseres Zusammenfindens sozial ist. Neben diesen Kriterien ist auffällig, dass die Salonierinnen, die neu woanders versetzt in irgendwelchen Ländern, in Österreich, die Arnheim zum Beispiel oder die Johanna Schopenhauer in Weimar einen Salon gründen, die tun es in einem Wissen der Geschichte der Salons, in einem Wissen der Pragmatik der Geselligkeit, also zum Beispiel bei der Johanna Schopenhauer, das Wissen, wann das Theater ist, wann höfische Gesellschaften treffen und um die Schur fix genau zu setzen, in dem Moment, wo eine Lücke ist. Das heißt, die sind sehr durchkalkuliert. Die Salonierin ist eine große Virtuosin und Meisterin in Einholen, in der Zeiteinholung, in der Raumeinholung. Immer wieder wird beschrieben, dass sie spätabends die Gesellschaft kommt und nun, was tut sie jetzt? Sie schwätzt, sage ich als Schwabe, sie schwätzt den ganzen Tag durch. Sie zifliert ihn durch. Daher auch in Paris dann das Persiflé, also das Durchpfeifen einer Gesamtgesellschaft, ist eines der schönsten Vergnügungen abends, nachts um zwölf, halb eins. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man das weiß, dass, also jetzt komme ich zum letzten Punkt, dass zum Beispiel sich bestimmte Rituale herausgebildet haben, die pragmatisch funktionieren, nämlich, dass man üblicherweise im Salon einen Gast, der Abitur, also derjenige, der ständiger Stammgast ist, darf einen Gast mitbringen. Also all diese Kriterien zeigen, dass das ein sehr durchdachtes, ein sehr durchdachtes Format ist und nur deshalb, weil es so pragmatisch, klug, umsichtig ist, ist es, das hat Frau Dolliger schön gesagt, dann sozusagen attraktiv auch geworden für Nichtadlige, Jütinnen, wenige Jütinnen in Berlin, Herz und Rahel, aber auch neben den aristokratischen, zum Beispiel ein Buchhändler wie Sander in Berlin, der dann, Frau Sander, einen bürgerlich, buchhändlerisch ausgerichteten, auf Verlagsneuigkeiten orientierten Salon gründet, sodass wir eine unglaubliche Fruchtbarkeit dieses Formats, Gesseligkeitsformats zeigen können. Dass sich offensichtlich von den Anfängen im 17. Jahrhundert dann einerseits durchhält, so wie Sie schildern, dass die Tradition und die Berufung auf eine traditionell eingeführte Form hilfreich ist und gleichzeitig aber Innovationspotenzial hat, ganz offensichtlich, indem es in der Lage ist, auf veränderte Bedingungen zu reagieren. Denn es verändert sich ja die Welt sehr zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Genau. Und da möchte ich auch ansetzen. Herr Professor Oesterler hat gerade sehr schön das französische klassische Modell sozusagen geschildert. Aber es modifizierte sich alles. Und in Berlin war die Situation eben auch etwas anders. Berlin war eine Stadt der Aufklärung. Man guckte nach Paris, man las die französischen Schriftsteller, die Briefliteratur kannte das natürlich. Aber es ist manches, gerade unter den Vorzeichen von Empfindsamkeit und Sturm und Drang, auch im aufgeklärten Berlin hat sich da manches geändert. Sicherlich, in Paris war es üblich, dass man sich einen bestimmten Wochentag rausfischte, wo man nicht mit einer anderen berühmten Frau in Konkurrenz stand. Man musste das genau abschätzen und dann sehen, dass man sich auch irgendwie selbst einen Kreis aufbaute. In Berlin stand man noch am Anfang, zumindest was die deutsche Salonkultur anging. Man musste erst mal anfangen, überhaupt Geselligkeit aufzubauen. Und das war also neben der Standardgeselligkeit, Familiengeselligkeit, Gelehrtengeselligkeit, in den Vereinen, war es jetzt ein Impuls unter jungen jüdischen Frauen, ihre literarische Begeisterung und ihre Ideen und ihren Drang auch sich auszutauschen, erst mal informell umzusetzen. Man hat in Berlin nicht angefangen, hier heute möchte ich einen Salon gründen, sondern Geselligkeit muss sich erst mal ergeben. Und das hat sich in Berlin vor allem ergeben, weil die junge, schöne Henriette Herz, Literatur begeistert, Goethe-Verehrerin, mit dem großen Gelehrten und Arzt Markus Herz verheiratet war. Ein Schüler kann es, er hat selber über Ästhetik interessante Werke geschrieben. Er war Naturwissenschaftler. Er hat in seiner Studierstube in dichtem Tabakqualm die Berliner Aufklärer und Gelehrten um sich versammelt, also David Friedländer und andere. Markus Herz kannte Lessing persönlich und seine junge Frau fand das alles ganz gut, aber was sie innerlich bewegt hat, war was ganz anderes. Man wollte über Goethe sprechen, man wollte überhaupt über Poesie sprechen oder was Karl Philipp Moritz an Erinnerungen aus Rom mitgebracht hatte. Und so hat sich eigentlich abgespalten von der Gelehrtengeselligkeit des Mannes ein Teekränzchen im Nebenzimmer um die junge Frau. Literaturbegeisterte Jünglinge wie Gottfried Schado, das sehr anschaulich schildert, treffen sich am Tätisch der Henriette Herz. Und da kommt jetzt ein Element hinzu, was eigentlich ganz wesentlich ist. Berlin eine Stadt der Aufklärung. Jetzt kommt die Begeisterung zur Kritik dazu. Man schwärmt für Literatur. Und das Ganze ist aber jetzt nicht etwas ganz Abgesondertes, sondern gerade die Durchlässigkeit zwischen Studierstube einerseits und Teekränzchen, das, was man später Salon genannt hat, die Durchlässigkeit machte das Ganze so interessant. Und es war ja nicht so, dass die Berliner Aufklärer sich jetzt total gegen die neue Literatur gestemmt hätten. Die haben das ja auch zur Kenntnis genommen. Wir wissen, dass Friedrich Nikolai durchaus auch den Werther gut gelesen hatte und hat dann die Freuden des jungen Werther dagegen gestellt. Und die Aufklärer haben also das schon durchaus diskutiert und sie haben sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, mit irgendeiner dunklen Stelle eines Goethe-Gedichts dann anzufangen. Und dann hat Markus Herz zu David Friedländer gesagt, als der in der Hoffnung, man könnte diese Stelle nicht erklären, dann fragte, hat er gesagt, hier, gehen Sie rüber zu meiner Frau. Die versteht die Kunst, Unsinn zu erklären. Und so muss man sich die Situation vorstellen. Und das sind die Anfänge der Berliner Salons. Also so ein bisschen Akademie-Gedanke und Salon-Gedanke. Das sind sozusagen zwei Pole auch immer in der gebildeten Geselligkeit. Aber es kommen eben noch andere Punkte dazu, außer der reinen Literaturbegeisterung. Es ist auch, weil Sie gerade betont haben, das Miteinander, das Zusammensein, das hat ja auch ein besonderes Flair. Die Atmosphäre so eines Teekränzchens war wichtig. Der Tee duftete, es gab Plätzchen oder Butterbrote, die Seide raschelte. Und nun musste das nicht im total vornehmen Rahmen sein, wie das in Paris bei Madame Geoffrey oder der Marquise du Defond gewesen ist. Auch in Paris hat es Salons gegeben, die mehrere Treppen hoch, sehr spartanisch einfach waren, als Julie de Lespinas sich selbstständig gemacht hat mit ihrem Salon. Sie hatte nicht viel Geld und hat mit gebrauchten Möbeln im dritten Stock dann Salon gehalten. Sowas gab es auch. Also man wusste schon, man kann das auch unter einfachen Voraussetzungen machen. Aber das Wichtige war eben das Interesse am Menschen, das Interesse an der Diskussion. Und es ist wohl selten so viel über Kommunikation, über Austausch, über Seelenfreundschaft, über schöne Seelen überhaupt gesprochen worden, wie im späten 18. Jahrhundert. Christian Gave hat also sich Gedanken über Geselligkeit gemacht. Später hat Schleiermacher, ein Freund von Henriette Herz, sich Gedanken über Geselligkeit gemacht. Und das reflektiert, wie wichtig den Leuten damals wirklich der menschliche Umgang war. Und die Frau ist ja auch nun als Saloniere, wenn man dieses Kunstwort gebrauchen möchte, als Gastgeberin. Sie ist die Freundin der Leute, die von ihr eingeladen werden. Sie hat ihren Freundeskreis erweitert. Sie haben das schon eben angesprochen. Man durfte auch Freunde mitbringen, weitere Gäste mit in den Kreis hereinziehen. Aber die durften natürlich nur wiederkommen, wenn sie auch der Saloniere gefielen. Und das Wichtige ist eben gewesen, dass diese Geselligkeit eigentlich auf den Menschen abzielte, auf den ganzen Menschen. Die Aufklärer haben die Vernunft betont. Was sich jetzt abzeichnete in Sturm und Drang, Empfindsamkeit in Romantik war ja nicht, dass man jetzt die Vernunft abschaffen wollte. Aber man wollte auch dem Gefühl zu seinem Recht verhelfen. Man wollte auch ein bisschen schwärmen. Man hat vor allem die Poesie in den Vordergrund gestellt, aber auch die Musik und auch die bildende Kunst. Also das, was man dann später unter den Romantikern als Sympoetisieren, als Symphilosophieren mit ins Spiel gebracht hat. Das ist in den Salons verwirklicht worden. Und das ist jetzt, jetzt komme ich, ich habe weit ausgeholt zum Anfang zurück. Das Ganze ist relativ spontan und im kleinen Rahmen entstanden. Und sowas ist aber eine Kettenreaktion geworden. In dem Moment, wo es solche geselligen informellen Kreise im Haus von Damen in deutscher Sprache gab, hat sich das also auch ausgebreitet in Berlin. Und Henriette Herz war die absolute Pionierin. Dann gab es aber auch noch andere Damen, die das nachgemacht haben. Und da hat es also einmal natürlich ihre Freundin Sarah Lewy gegeben, die musikalisch orientiert war, die ihre Schwester in Wien sitzen hatte, Fanny von Arnstein. Und Sarah Lewy kannte Beethoven. Sie kannte Mozart. Beethoven soll sogar auf ihrem Flügel in ihrem Haus gespielt haben bei seinem Berlin-Besuch. Und Sarah Lewy war eine Mäzenin und wichtige Figur in der Berliner Sink-Akademie. Sie war mit Fasch und vor allem dann auch mit Zelta sehr, sehr befreundet. Und Sarah Lewy als Tochter des Landesältesten der preußischen Juden Daniel Itzig, der ein großes Haus führte in Berlin. Sie hat auch eine Salongeselligkeit aufgebaut, die aber eigentlich erst um 1800 dann wirklich auf volle Touren kam. Vielleicht, also ich finde den Bereich der Musik, das ist nochmal ein ganz eigener und sehr interessanter Bereich, der natürlich unter dem Gesichtspunkt des romantischen Sympoisierens auch im Sinne der Überschreitung der Grenzen zwischen den verschiedenen Künsten vielleicht noch eine ganz eigene Rolle spielt. Ich würde gerne trotzdem noch einen Moment auf die Literatur zu sprechen kommen. Also nochmal nachfragen, so wie Sie es geschildert haben, finde ich sehr überzeugend, dass der Salon eben ein Ort ist, an dem der ganze Mensch eine Rolle spielt und dass dafür die Literatur wichtig war, um sozusagen mit den neuen Literaten, also mit dem Aufbruch, der natürlich vor allem mit dem Namen Goethe verbunden ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der ganze Mensch mit den Gefühlen und Leidenschaften neu in den Blick kam und dass gerade deswegen offensichtlich die Sturm- und Drangliteraten für die Inspiration des Salons eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, wenn ich sie richtig verstanden habe. Das kann man so sagen und ihr Stichwort Leidenschaft ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Also ein wunderbares Beispiel eigentlich noch aus der Vorgeschichte der Berliner Salons ist das Schicksal von Sarah Meyer-Wulff, spätere Frau von Grotthus. Und diese Dame, die dadurch bekannt geworden ist, dass sie Goethe in den Böhmischen Bädern kennenlernte und zusammen mit ihrer Schwester Marianne von Albenberg auch mit Goethe in Korrespondenz stand über viele Jahre. Sarah von Grotthus hat Goethe dann irgendwie Dedikatessen geschickt und nette Verehrerbriefe geschrieben und Goethe hat ihr gelegentlich ein Werk zugeschickt oder hat Bekannte zu ihr nach Berlin geschickt, die dann seine Werke bei ihr gelesen haben. Und diese Sarah von Grotthus hat als junges Mädchen einen Verehrer gehabt. Der kam aus Hamburg angereist und was war jetzt das Medium der Liebesschwüre dieses Jünglings? Er kam und schickte ihr den Werter mit zig Stellen angestrichen, mit glühenden Beteuerungen an den Rand geschrieben und Sarah Meyer war glücklich und las den Werter und dann ist der Vater drauf gekommen. Das Buch wurde abgefangen, der Vater hat ihr eine Standpauke gehalten und dann wurde also Moses Mendelssohn noch mit als eine höhere Instanz zugezogen und Mendelssohn hat ihr dann einen Vortrag gehalten, dass man das nicht tut und dann hat er den unglücklichen Werter genommen und aus dem Fenster geworfen. Sarah von Grotthus, also damals noch die junge Sarah Meyer, damals 13 Jahre alt, das muss man jetzt auch zur Verteidigung der älteren Generation sagen, war natürlich total gebrochen, denn sie hatte also wirklich da schon sowohl diese Liebesgeschichte als auch die Liebe zu Goethe entdeckt, aber sie ist getröstet worden. Lessing ist dann bei einem Besuch in Berlin bei ihr vorbeigekommen und hat ihr einen neuen Werter geschenkt. Also insofern ist also die Literatur des Sturm und Drang speziell, aber auch sind die Werke Goethes ganz, ganz konstitutiv für die Entwicklung der Salonkultur. Man hat Goethe gelesen und das ist ganz, ganz wichtig gewesen und später hat eine aus Königsberg stammende Berliner Saloniere, Elisabeth Stelgemann, in erster Ehe, sie war geschieden, in erster Ehe die Frau eines Sohns des Komponisten Grauen. Elisabeth Stelgemann hat im Jahre 1802 in einem Büchlein, das sie für ihre 17-jährige Tochter zum Geburtstag verfasst hat mit Fragmenten und Erziehungsmaximen, hat sie geschrieben, die Lektüre webt ein neues geselliges Band unter schönen und verwandten Seelen und wird zum Dolmetscher dunkler Ideen und Empfindungen. Und da haben wir, glaube ich, den Punkt. Lektüre alleine ist eine Sache, ist vielleicht ganz gut, wenn also der Werter auch gleichzeitig Liebeszeugnis ist, aber Lektüre im geselligen Kreis bedeutet auch, man kriegt Anregungen, man hat ja nicht nur vielleicht eine Anschauung von einem literarischen Werk, sondern es stoßen verschiedene Meinungen, Interpretationen aufeinander. Insofern ist die Rezeption gleichzeitig auch was Kreatives. Und das ist ja dann auch zunehmend auch für die Romantik ganz, ganz wichtig. Es entsteht in der Auseinandersetzung mit einem poetischen Werk, entsteht was Neues. Eine neue Beziehung zu diesem Werk, aber auch neue Beziehungen unter den Menschen, die sich über dieses Werk austauschen. Und jetzt kommt aber wieder ein Aufklärungsmoment hinein, diese aufgeklärte Idee, die wir ja auch bekannt finden, dass man immer zu klareren Begriffen vordringen soll, von unbestimmten Empfindungen zu klaren Begriffen. Das ist auch mit gemeint, aber es ist natürlich auch das Fluidum der Poesie mit gemeint und es ist der Geist der Poesie mit gemeint, also auch das Emotionale. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, beim ganzen Menschen, man versucht einmal Literaturgeselligkeit unter einen Hut zu bringen, dann das Ganze auf ganz verschiedene Art und Weise zu variieren. Zum Beispiel auch, indem man Gedichte nicht nur als Gedichte las und darüber diskutierte und verschiedene Interpretationen austauschte, sondern auch vertonte Gedichte, jetzt bin ich doch wieder bei der Musik, vertonte Gedichte haben auch eine große Rolle gespielt. Und in Berlin hatten wir ja Reichardt, der bis Mitte der 90er Jahre in Berlin war und auch später immer wieder zu Besuch kam, also Kapellmeister Reichardt, Zelter, die ganz, ganz viele Goethe-Lieder vertont haben. Und das wurde in den Salons dann auch gesungen. Und das ergänzte dann das literarische Gespräch. Aber Literatur als Medium auch, um Seelenforschung zu betreiben. Das ist ja dann auch etwas, was später bei Rahel Lewin verheiratete Farnhagen von Ense eine Rolle spielt, dass man also auch diese psychologische Dimension auslotet. Das ist auch ganz wichtig gewesen. Womit wir wieder beim ganzen Menschen sind. Und vielleicht an Günter Oesterle die Frage, das ist überzeugend, wie der Salon eben als pragmatische Form der Geselligkeit sich durchzieht durch die Aufklärungsjahrhunderte bis dann zu den Höhepunkten der Romantik. Wir hören ja schon, dass da die Grenzen nicht so einfach zu ziehen sind und die Rezeption der Sturm-und-Drang-Literatur im Grunde schon eine Vorbereitung für das ist, was wir dann vielleicht den Romantischen Salon nennen würden. Aber die Frage, die ich stellen würde, kann man das überhaupt so trennen? Also gibt es den Aufklärungssalon und den Romantischen Salon wirklich in unterscheidbaren Formen? Ja, es ist in der Tat ein sogar kontroverser Punkt. Man kann ihn auf den Begriff bringen. In der Aufklärung wird der Konversationssalon zur Vollendung gebracht und mit dem Eintritt der Romantiker endgültig ist nicht mehr die Konversation das Entscheidende und das Schreiben. Auch der Salon ist nicht nur Rezeption irgendeiner Literatur, die empfindsam zwischen den jungen Leuten ausgetauscht wird, sondern er ist eigentlich die Schule des eleganten Stils. Man kann überhaupt die Romantik nur verstehen, wenn man ihre doppelte Art, gerade mit dem Salon umzugehen, einem Import aus Frankreich, der auf der einen Seite attraktiv, ja konstitutiv ist für die Geselligkeit aus dem Grund, dass er die Vorschule des Schreibens ist. Das kann man bis in Details zeigen, wie Varnhagen zum Beispiel den Eintritt in den Rahals Salon erst dann bekommt, als er ein Almanach publiziert. Und man kann es daran sehen, wenn Jean Paul im Berliner Salon selbst verweigert vorzulesen, seine Teile seiner Romane, jemand anders es vorlesen lässt, weil er beobachten will, die Rezeption vor allem der empfindsamen Stellen, wie die Frauen darauf reagieren. Das beschreibt er genau. So ist es dann auch in Weimar genau dasselbe. Ein nicht so bekannter Schriftsteller wie Schütz schreibt ausführlich, wie die Wirkung auf sein Stück, das vorgetragen wird, ist. Das ist also in der Romantik sozusagen das entscheidende, der Wechsel von der Konversation zum produktiven Schreiben. Und damit ändert es sich natürlich nicht in allen Salons. Darauf kommen wir. Es gibt plurale Salons, die ganz anders ausgerichtet sind. Die einen über zur Musik, die anderen sind sehr viel mehr der traditionelle Konversationssalon. Aber der romantische Salon ist einer zutiefst der jetzt auch, und das kann ich an einem an sich klassizistischen Vorgabe zeigen, der aber dann immer mehr romantisch wird, an Johanna Schopenhauers Salon programmatisch war. Und sozusagen Voraussetzung, dass Goethe zum Beispiel kam, war, dass Neuerscheinungen diskutiert wurden. Und was das heißt, die war richtig gierig. Die hat, also Johanna hat mehrere Zeitschriften gehalten, um das Neueste des Neuesten parat zu haben in der Provinz in Weimar. Und man kann sich das, muss sich so wirklich ganz konkret vorstellen. Einer dieser Apiduels, einer dieser Salongaststätte war Falken, Satiriker, der in Kassel von den Grimms und Achim von Arnim die Lieder bekam, das Wunderhorn, in den Faden. Und der brachte das in den Salon und nachts haben das vorgelesen. Und Goethe berichtete danach, er hätte nicht schlafen können. Das heißt, das ist das Punkt, das ist das, was die Romantik gemacht hat. Die wollen aufregen, zur Publikation anregen. Und in der Tat haben wir hier ja, dass Goethe, ich würde behaupten, wenn Goethe diese Art nicht passiert wäre und er diese Rezension nicht geschrieben hätte, hätte das Namen Wunderhorn nie diese Reichweite erhalten. Sodass man tatsächlich dieser Wechsel von der reinen Unterhaltung zur gemeinsamen Produktion oder zur Auslotung von ja auch ganz physiologischen Reaktionen auf Literatur, die eben notwendig machen, dass ich das sozusagen in Präsenz erlebe und nicht nur vermittelt über Rezensionen oder Briefe, die natürlich auch reagieren können auf Literatur. Aber hier wird einerseits sozusagen die ganz, ganz konkrete leibliche Reaktion auf Literatur, das wieder das Stichwort ganzer Mensch, getestet geradezu. Und wenn ich sie richtig verstehe, ist es aber tatsächlich dann auch geradezu ein kreativer Raum, der entsteht. Also wir haben hier auch den Aspekt, dass das gesellige Zusammensein und zwar eben das physisch konkrete Zusammensein eigentlich einen guten Kontext, vielleicht sogar einen notwendigen Kontext für bestimmte Formen der Kreativität bedeutet. Eine Erfahrung, die wir ja heute auch machen, wenn man so ausprobiert, was man mit Zoom alles machen kann. Es ist schwierig, finde ich, auf Zoom zu streiten und es ist sehr schwierig, gemeinsam etwas Neues, also wirklich kreativ in Brainstorming sich zu begeben. Und natürlich, das vielleicht ganz kurz noch dazufügen, so sehr also bei dieser Umschichtung vom Konversationssalon zum Kreativen, zur Vorschule der Literatur, sind natürlich die Risiken höher. Denn solange man sozusagen sich trifft und brilliert in der Konversation und sich unterhält und über Literatur und das Theater spricht, bleibt es sozusagen ein gewisser Unverbindlich. Das, was, das kann man sehr schön zeigen, das, was bei der Rachel dann passiert, dass sie also das philosophische Gespräch nicht favorisiert gegenüber dem Geschwätze, also dass die Konversation dann Geschwätze wird, das hat natürlich dann auch Risiken und Folgen. Aber zunächst vielleicht nochmal, um das klar zu machen, welche scharfen Kanten da sich ergeben, drei Beispiele, wo diese Trennung zwischen Konversation und philosophischem Gespräch, strengerem Gespräch ernstherum einsetzt und was verfolgt. Und das hat, das will ich dann vielleicht erst später berichten. Madame Destal kommt nach Berlin von Weimar aus und bringt mal einer der sehr bekannten damaligen Abiturés, ein schwedischer Cassander, wird beauftragt, sie sozusagen wie ein Schiedsbüro zu führen in Berlin. Und eine wunderbare Situation, denn er resoniert dann in einem Brief darüber, wie die Berliner Kultur attraktiv dargestellt werden kann und vielleicht sehr viel schlechter dasteht, wie er meint, wie Weimar. Von Weimar kommt sie ja angereist. Und dann hätte ich gedacht, als ich den Brief las, er wird als erstes an die Rahel denken. Das ist sozusagen die Avogadististe, das ist die, mit der die Madame Destal über ihre Werke sprechen kann und so. Nein, 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 nein. Er führt sie zunächst in die aristokratischen Salons, in den Salons von Rahel nie. Er arrangiert ein Gespräch mit ihr außerhalb des Salons. Und da ist die Reaktion hochspannend. Sie sagt, schreibt anschließend, berichtet darüber und schreibt, ich glaube, Madame Destal hat viel Schaden erlitten durch die vielen geschwätzigen Salons in Paris. Da haben wir die genaue Kante. Und die Folge ist, kurz darauf reist August Wilhelm Schlegel auf Einladung nach Copé. Und in Copé, in dem Exil, wo macht Madame Destal erneut einen nun international hochinteressanten Salon auf. Und der arme August Wilhelm Schlegel, inzwischen ist das digital nachlesbar, der leidet. Der leidet unter diesem Salon, weil diese Repräsentation, dieses ständige sich Lobhutel, die Koketterie, wie er sagt, ihn vom Schreiben und von seiner Gelehrsamkeit, seinen Übersetzungen abhält. Und es gibt Streit. Also da, meine ich, kann man bis in Details Romantik und Differenz zum Vorher oder zu Frankreich, zu dem französisch-aristokratischen, also sozusagen der, wenn Sie so wollen, der Parvenu, der Aufsteiger, der romantische Aufsteiger, der will was, der will sich eine Bühne schaffen, der will nicht nur glänzen. Also das ist ein interessanter Punkt natürlich auch im Blick auf, womöglich existierende Unterschiede in nationalliterarischer Hinsicht. Auf den kommen wir vielleicht gleich noch. Frau Dollinger will aber die ganze Zeit schon was dazu sagen. Ja, es ist ein wesentlicher Aspekt, den Sie da angesprochen haben. Ich warne nur ein bisschen davor, das zu absolut zu setzen, weil es überall fließende Übergänge ist. Genauso könnte man jetzt ein bisschen flapsig sagen. Konversation, gutes Gespräch ist das, was ich mache. Geschwätz, Plapperei, nur Feuerwerk ohne was dahinter, das ist das, was die anderen machen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil auch schon unter den Zeitgenossen total die Klischeebildung blüht. Und das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich würde also auch nicht so das Kippen von der Konversation hin zum Schreiben, zum Produktiven. Das ist sicherlich eine Tendenz der Zeit, aber ich würde das nicht gegeneinander setzen, sondern ich würde es auch eher als Modifikation sehen. Denn es ist ja so gewesen, Konversation, was heißt denn Konversation eigentlich? Ursprünglich ist Konversation nichts anderes als Umgang. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit aufs Gespräch und dann im Laufe der Entwicklung auf das brillante, geistvolle Salongespräch, die Kunst der Konversation herausgebildet. Und es gibt aber Konversation eben auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal die Konversation nach französischem Muster. In Berlin wurde gesagt, hier die Fürstin Razzivill, Fürstin Luise Razzivill, die ist also eine der letzten Damen gewesen, die die alte Konversation nach französischem Muster noch macht. Aber es gab inzwischen auch eine neue Form der Konversation. Und da ist Rahl-Lewin-Fahrenhagen natürlich ein wunderbares Beispiel. Eine Konversation, die jetzt nicht mehr nur aufs Äußerliche abhebt. Da gibt es immer noch genügend Aperçüs, Geistesblitze, Aphorismen bei Gelegenheit, wenn es passt. Aber dazwischen auch wieder Phasen, wo man nachdenklich wird, wo eben auch das Gefühl, vielleicht nicht die Form, der Inhalt in den Vordergrund tritt. Und insofern würde ich sagen, es gibt Konversationen in ganz, ganz verschiedenen Schattierungen. Und da sollte man vielleicht nicht nur diese glänzende, aber dann schnell auch ins Klischee der Oberflächlichkeit abgedrängte französische Konversationsart sehen. Es gab unendlich viele Arten von Konversationen, so wie ich es sehen würde, weil eben jede Dame, jede Saloniere, aber auch jeder Dichter, jeder Gast auch eine eigene Vorstellung von Konversation von richtigem Gespräch hatte. Und Gespräch ist was Wandelbares. Und es ist, ja, ich habe mal irgendwann so die Vorstellung gehabt, ein Salon ist ein Chamäleon. Und der Ton eines Salons ist davon abhängig, was die Gastgeberin für Interessen hat, was für Gäste an einem bestimmten Abend da sind. Aber auch, wie sich die Gäste verhalten, das hat auch was von einem Chamäleon. Weil nämlich ein mancher Gast sich im einen Salon anders verhält als im anderen Salon. Hier fühlt er sich wohl, in dem anderen Salon fühlt er sich nicht wohl. Und hier kritisiert er und da ist er total zufrieden und ist also ganz begeistert. Das erklärt auch, warum wir in der umfangreichen Briefliteratur um 1800 so unterschiedliche Urteile über Menschen haben im Umkreis der Salons, dass man sich sagt, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber das ist auch jeweils die Gesprächssituation. Es ist die Frage, wie gut ist irgendjemand an irgendeinem Abend aufgelegt? Und auch ein Salon war nicht immer nur spannend und interessant. Es hat auch langweilige Salonabende gegeben. Denn ein Salon im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass er regelmäßig war, dass er Kontinuität hatte. Man konnte schon mal sowas improvisieren, Bädergeselligkeit, der berühmte ambulante Salon, den auch Madame de Style in verschiedenen Orten Europas hatte. Das gibt es alles. Aber Salons in einer Stadt, wenn es eine Salonkultur werden soll mit Querverbindungen zwischen den einzelnen Salons, freundschaftlicher Art, manchmal vielleicht auch etwas rivalisierender Art, das ist auf Dauer angelegt. Und diese Geselligkeit auf Dauer unter Umständen an verschiedenen Tagen in der Woche. Es hat viele Salons gerade in der Anfangszeit gegeben, wo jeden Abend empfangen wurde. Und das muss man mal erst durchhalten. Und insofern sollte man auch nicht den Salon nur an den Dichterlesungen messen. So wichtig die Dichterlesungen waren. Und gerade in der Romantik war das was unheimlich Kreatives, wie Sie gesagt haben. Aber zum Salon gehörten auch Freunde, Familienmitglieder dazu, die niemals berühmt wurden, die man heute in keinem Konversationslexikon mehr findet. Die haben auch den Salon geprägt. Fanny Lewald hat, also eine spätere Saloniere in Berlin, hat man gesagt, die jungen Damen waren sehr, sehr nützlich im hübsch da sitzen. Also es gab auch Leute, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen nur eine dekorative Funktion im Salon hatten. Es war manchmal ganz gut, wenn nicht alle Leute gleichzeitig reden wollten. Das ist sicher gut nachvollziehbar. Ich habe jetzt gleich noch zwei Fragen. Das eine ist, mich würde schon noch interessieren, wie es jetzt um die politische Rolle des Salons eigentlich bestellt ist. Das heißt, wie steht es um das Stichwort Emanzipation in unterschiedlicher Hinsicht? Und wenn Sie jetzt die jungen Damen da als Dekoration schildern, dann haben wir offensichtlich ein Frauenbild, was mit der Saloniere nicht in Einklang zu bringen ist. Denn die beschränkte sich ja offensichtlich nicht auf das Dekorative dabei sitzen. Also Emanzipation im Blick auf die Rolle der Frauen, aber dann auch im Blick darauf, inwiefern man davon sprechen kann, dass in den Salons auch nicht nur Geselligkeitsutopie, sondern tatsächlich Gesellschaftsutopie eine Rolle gespielt hat. Die wurde auch wirklich gelebt, wenn ich da direkt anschließen darf. Denn das Interessante ist ja nun gewesen, man wollte im Salon nicht theoretisieren in den geselligen Kreisen, sondern das ist also wirklich dieses Sozietätsmodell, dass man erstmal im kleinen Kreise etwas übt, sei es bewusst, sei es unbewusst, was dann vielleicht mal eine Perspektive auch für die Gesamtgesellschaft ist. Und man muss sich klar machen, jetzt speziell die Berliner Salons erwachsen auf dem Boden von Aufklärung und Hasskala. Es ist nicht zu unterschätzen, die Rolle, die Moses Mendelssohn mit seiner Geselligkeit, mit seinen Weisheitsvorstellungen, Hochma und so weiter, wo ja auch Geselligkeit mit dazugehörte. Das war also ganz, ganz prägend. Und man hatte also Aufklärung und Hasskala als Ausgangspunkt. Es ist aber gleichzeitig auch die Zeit gewesen, wo die literarischen Revolutionen, wir hatten eben schon das Stichwort Sturm und Drang begangen. Es ist die Zeit der amerikanischen Revolution, des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Und wir wissen, dass im Salon von Henriette Herz darüber diskutiert wurde. Man hat eben auch schon über die Bürgerrechte, die in den frisch gegründeten Vereinigten Staaten erlassen und beschlossen worden waren, hat man schon diskutiert. Das war noch lange vor der französischen Revolution. Dann kam die französische Revolution. Und da waren natürlich diese gesellschaftlich-politischen Perspektiven. Man lebte in einem Ständestaat, in einer zwar aufgeklärten, aber absoluten Monarchie. Und jetzt war die Frage, wie können sich die Bürger doch irgendwo Freiräume schaffen, gesellig, im Salon oder im Verein. Kann das aber noch darüber hinaus wirken? Und da war es also einmal auch der Aspekt der Judenemanzipation, der also mit zum Gespräch gehörte. Wir wissen ja, dass seit der Domschen Schrift zur bürgerlichen Verbesserung der Juden das diskutiert wurde, speziell in Berlin. Man weiß auch, dass zum Beispiel bei einer Aufführung des Kaufmanns von Venedig Ifland, glaube ich, oder Fleck, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls einer vom Theater ein extra Prolog gemacht hat, um zu zeigen, hier in diesem Stück ist ein Jude eine problematische Gestalt. Es gibt aber eben auch genügend Stücke, wo die Christen die problematischen Gestalten sind. Also wo man wirklich versucht hat, über diese alten Vorurteile sich hinwegzusetzen und daran was zu ändern. Das Ganze kulminiert dann natürlich im Gleichstellungsedikt im Rahmen der preußischen Reform 1812. Das war ein weiter Weg. Wir wissen auch, dass es leider ja hinterher viele Rückschritte nach 1815 gegeben hat. Aber die Perspektive Judenemanzipation spielte natürlich von Anfang an auch eine Rolle in den Kreisen jüdischer Frauen, wobei auch die Frauenemanzipation zum Teil gegen die eigene jüdische Tradition ging, denn es war eine patriarchalische Gesellschaft. Verheiratete Frauen wie Henriette Herz oder Fanny von Arnstein haben nicht mehr diesen traditionell vorgeschriebenen Kopfpust jüdischer verheirateter Frauen getragen. Und das hat sich später sowieso wieder im Zeichen des Reformjudentums abgeschafft worden. Aber in der Zeit war das noch ein bisschen Rebellion. Und insofern haben also diese jungen jüdischen Frauen einmal gekämpft dafür, jetzt nicht auf dem Barrikaden, aber im Gespräch. Und allein indem sie das vorlebten gegen Traditionen, die sie nicht mehr als zeitgemäß empfanden innerhalb des Judentums. Und Amalie Bär, eine Dame, die einen musikalischen Salon gehabt hat, hat sich ja auch sehr in der Reformgemeinde engagiert mit ihrem Mann dann später. Und das andere war eben die Frauenemanzipation. Rahl, das ist dieser berühmte Ausspruch, hat ja gesagt, dass sie als Frau und als Jüdin sich ausgegrenzt fühlte. Und auch die Frage der Frauenemanzipation kam in dieser Zeit so ein bisschen ins Rollen. Zwar mehr theoretisch als praktisch, aber es gab immerhin 1792 war es, glaube ich, die berühmte Schrift von Theodor Gottlieb von Hippel über die bürgerliche Verbesserung der Weiber. Das ist was ganz Interessantes und da wurden auch Bürgerrechte für Frauen gefordert, ganz ähnlich wie in Paris Olymp de Gouges oder in London Mary Wollstonecraft über Frauenrechte geschrieben haben. Sowas wurde aber zwar besprochen, aber man schloss sich jetzt nicht zu Frauenrechtsvereinen zu dieser Zeit zusammen. Das war später, sondern man hat einfach versucht, aufgrund der alten, uralten These, die schon aus dem 16., 17. Jahrhundert stammt und gelebt worden ist. Der Geist hat kein Geschlecht. Das kommt also aus der humanistischen Diskussion schon des 17. Jahrhunderts und aus der berühmten Querelle de Femme, wo es darum ging, wie weit können, sind Frauen überhaupt richtig Menschen, dürfen Frauen gelehrte Bildung erfahren und ähnliches. Und das wurde aufgegriffen, also ich glaube, man kann sagen, unter dem Stichwort etwas plakativ gesagt, der Geist hat kein Geschlecht. Das wurde jetzt nicht irgendwie propagiert in Fluchblättern, sondern das hat man gelebt in den Salons. Und das ist, glaube ich, der interessante Punkt. Das eine ist, dass da politische Themen diskutiert wurden, aber das andere ist das Stichwort Vorleben oder sozusagen Musterfälle, in denen eben ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Zugehörigkeit zu religiösen oder anderen Gruppierungen freier Zulass war. Genau. Wobei da natürlich die Frage ist, und die würde ich gerne an Günter Oesterlis stellen, kann man tatsächlich sagen, dass der Salon in dieser Beziehung, man könnte sagen, utopisches Potenzial hatte, während es ja auch andere Formen der Geselligkeit gab, zeitgleich, in denen ganz anderes gelebt wurde, in denen eher Ausgrenzung das Normale war. Wie ist das, also kann man das so sagen und wie ist das Verhältnis? Also ich würde diese Frage, die ja sehr, sehr wichtig ist und auch nicht einfach simpel beantwortbar, sondern nur sehr ausdifferenziert, man darüber reflektieren muss und darüber sprechen muss. Ich würde so den Zugang wählen und zwar durch eine kurze Forschungsgeschichte Übersalon. In der 68er-Zeit des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts gab es Forschungen, viele, ganze Reihe von Forschungen, auch von jungen Professorinnen, die die Emanzipation und die Utopie, die Judenemanzipation, die Frauenemanzipation sehr stark machten und das wirklich als eine Utopie bezeichneten, sodass Niklas Luhmann einmal sehr kritisch sagte, naja, das sind kleine Nischen, aber auch von gesellschaftlicher Unbedeutendheit. Das war wirksam und gut. Heute sehen wir es tatsächlich differenzierter. Eine sehr interessante Dissertation, die vor ein paar Jahren Frau Lund, die heute in Frankfurt das Gleistmuseum leitet, geschrieben hat, über, die hat sich wirklich mal sehr genau die jüdischen Salons angeguckt und die Parallelsalons im Vergleich und eben nun sozusagen in einer tiefenhermeneutischen Situation guckt. Nicht das Programm, im Programm ist das klar, darauf haben sich die anderen bezogen, sondern was faktisch passiert. Und dann stellt sich jetzt fest, dass man erstens historisch sehr genau hingucken muss. Das heißt, um 1788 sieht es 89, also um das chinesische oder anders französische Revolution sieht es anders aus. 1802 wieder ganz anders als 1806 nach Riena Auerstedt, die französische Armee Berlin besetzt und sozusagen französisch sein einschließend, sofort in eine Kollaborationssituation kommt, die Salons und entsprechend auch politisch beäugt werden. Lund, ich fasse das zusammen, was sie sagt, die zeigt auf die sozusagen erstens Ungleichzeitigkeit, dass man fast gleichzeitig als romantiker Schriftsteller, nämlich die Schlegels, den Schleiermacher, den Gens, mittags in einer Tischgesellschaft sein kann, die ausschließlich Männer hat und die Juden, Franzosen auch, aber die wurden natürlich nicht genannt, weil das verboten war zu nennen, also Juden, Franzosen und Felister Ausschloss und die auch, wie wir wissen, ja, was jüdische Themen betrifft, dass das nicht nur bei dem Ausschluss beließ, sondern ihn auch ideologisch unterlegte, Methoden, mit Ritualen als Schweinskopf hinzustellen, ganz gezielt und ganz bewusst und auch entsprechenden Vorträgen untermauert ideologisch. Und Lund zeigt aber auch, dass dieselben Leute, die dann abends bei Rahel sich verlustieren, dass die sehr wohl, und jetzt wieder historisch, um 1800 heißt das noch der Sofa der Konversation und 1803 steht dann bei Brinkmann Judensofa. Also daran kann man, sie macht es in winzigen sprachlichen Details fest und zeigt, wie viel mentale Vorbehalte noch immer da sind und wie schwierig sozusagen das ist. Und wenn man jetzt unter diesem Aspekt das alles nochmal genauer anguckt, Gauss hat das ja soziologisch gemacht, gesagt, die Differenzen auch zwischen Adel und dem Parvenus, die bürgerlich aufstehen. Es ist also keineswegs so, dass das alles Harmonie, Harmonie, Harmonie war, sondern ich würde sagen, die Kunst der Salonien war, und das war bei Rahel ganz hoch ausgeprägt und bei der Madame Herz auch, war der Ausgleich der Position, der schwierige Ausgleich der Position. Und wenn ich das vielleicht mal in den Mittelpunkt stellen darf, was eigentlich den Salon so, die Kultur des Salons so ausmacht, als Schule des Verhaltens. Der Salon hat ja zwei Schwellen, die sozusagen die roten Linien. Simmel, Georg Simmel hat das sehr schön gezeigt, nämlich nach oben, die obere Schwelle nach unten. Nach unten ist es die Intimität. Wenn im Salon der Geselligkeit zu viel, sozusagen, darf ich so frech sagen, Frauengeschichten passieren, dann geht sie kaputt, weil dann gibt es Streit und was. Also die Geselligkeit muss, darf das nicht zu sehr in diese Grundlinie. Die Intimität muss ausgeschlossen weit gehen. Und nach oben darf es nicht homogenisiert sein. Wenn es ausschließlich eine normative Meinung ist, was 1806 dann in den patronischen Salons durchaus der Fall war, ist die Gefahr da gewesen, dass die Salons kippen. Zu einer ideologischen Veranstaltung, zu einer ideologischen Geselligkeit, zu einer Art Agitationszentrale, was ja in der Tat wir beobachten können nach 1806 in Berlin. Dieses Problem wurde diskutiert, das wurde gesehen. So würde ich also sagen, historisch genau hingucken, sprachlich die Subtilitäten der Differenzen und die Aufgabe der Salonärin, diese roten Linien zu wissen. Es gibt also wunderbare Beispiele. Ihr Mann war gestorben, in die verliebt sich unsterblich der Ludwig Birne, der junge Ludwig Birne. Und ich habe ja über Bies geforscht. Das ist einer ganz wenigen Möglichkeiten, wo man die Bies, die natürlich in der Stadt, im Salon, weil sie ja kleine Briefchen sind und Dates, also Termine absprechen, einem Grundgattungsformat, diese sind von beiden Seiten erhalten. Was ganz, ganz selten ist. Und da sieht man ganz deutlich, dass sie irgendwann die Bies nicht mehr liest und zurücksendet, ungelesen, weil sie diesen Schritt nach unten, also zur Intimität nicht einhalten, also die Geselligkeit nicht wahrnimmt. Umgekehrt kann man bei der Sander, bei dieser Buchhändlerin zeigen, dass sie Romantisch schreiben, da gehen wir nicht mehr hin, das ist reiner ideologischer Agitationsbetrieb. Also da kann man die Linie sehen, wo die Offenheit der verschiedenen, dass man sie trifft, obwohl man ganz unterschiedliche weltanschauliche Positionen hat, dass das sozusagen offen bleibt und man damit diplomatisch umgeht, dass das sozusagen plötzlich dogmatisch auf eine Linie gebracht wird. Also das heißt, dass der ideale Salon, der dann kippen kann in die eine oder andere Richtung, also das ist so eine, nicht unbedingt auf Dauer zu stellen die ideale Situation ist, in der es gelingt, ganz unterschiedliche Positionen und auch ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ständen und unterschiedlichen Hintergründen in einen Zusammenhang zu bringen, indem sie in dem Rahmen des, da spielen ja dann schon auch Regeln des Umgangs eine wichtige Rolle, also dass man offensichtlich wusste, wie man sich miteinander unterhalten muss, wenn man unterschiedliche Positionen hat, dass man noch miteinander reden kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn eins darf man bei dieser sehr wichtigen Diskussion nicht vergessen, der Respekt vor der Dame des Hauses, der Respekt vor der Saloniere, das war letztlich die Grenzziehung, wenn die Dame sagte, sie brauchen nicht mehr wiederzukommen, Dankeschön, dann war der Ofen aus und dann gehörte jemand eben nicht mehr dazu und insofern muss man ein bisschen trennen. Es gab einmal bedauerlicherweise, Stichwort christlich-deutsche Tischgesellschaft, auch unter den Salonbesuchern Phasen, wo sie dann eben in solchen Gesellschaften deutschtümelnderweise und antisemitisch sich trafen. Nun haben sie das auch nicht immer ganz für ernst genommen, also es wurde dann manchmal auch im Nachhinein vielleicht darüber nachgedacht, ob das so gut war, also es gibt da auch spöttische Bemerkungen dann entsprechend, aber der springende Punkt ist der, die Privatbemerkungen, die dann nachweisbar sind in den Briefen dieser Zeit, die sprechen manchmal eine ganz andere Sprache als das, was in den Salons akzeptabel möglich war, leider muss man sagen. Andererseits ist es so gewesen, das sind Menschen in ihren Briefen an bestimmte vertraute andere Personen, das sind nicht diejenigen, die im Salon sich mit anderen Gesprächspartnern unterhalten und da verhalten sie sich auch etwas anders. Und das muss man jetzt auch berücksichtigen. Es ist etwas anderes, so bedauerlich das ist, wie man sich in einem privaten Brief äußert oder wie man sich in einem Salongespräch oder überhaupt in einer Gesellschaft äußert. Und da zeigt sich eigentlich, dass die moralische Norm der Saloniere so ein bisschen wie eine Gouvernante wirkt und dass man sich da eben nicht traut, bestimmte Sachen zu sagen, die man vielleicht im Moment mal gerade denkt, aber was vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist. So haben die damals sowieso noch nicht gedacht. Aber da zeigt sich eigentlich ein gewisses erzieherisches Moment von Geselligkeit, nicht nur Salongeselligkeit, von anspruchsvoller Geselligkeit überhaupt, dass da Grenzen gesetzt werden. Und es ist immer die Rede von freier Geselligkeit bei Schleiermacher und überhaupt bei über Geselligkeit der Romantik wird immer die Überschrift geschrieben, freie Geselligkeit. Aber es ist eigentlich immer so ein bisschen eine Balance zwischen frei, zweckfrei, wie auch immer, aber auch zielgerichtet. Man hat eben auch Gesprächsthemen, Literatur zum Beispiel oder Kunst und es gehört Selbstdisziplin dazu. Die Saloniere selber, die will natürlich lockere Gespräche, aber sie muss selber natürlich schon sehr viel Selbstbeherrschung haben, auch sehr viel Klugheit haben, auch ein bisschen ein soziales Händchen mit den Leuten umzugehen. Mit dem einen kann sie so reden, mit dem anderen kann sie so reden. Sie muss vielleicht jemand schüchtern, ermuntern und irgendjemand, der nicht aufhört zu reden, den muss sie vielleicht mal bremsen. Und das sind alles so Dinge, das darf natürlich nicht pedantisch und auffällig werden, aber das ist ja gerade die Kunst des Salons und auch die Kunst der Konversation, dass da eine gewisse unauffällige Lenkung passiert. Und insofern finde ich es schon interessant, dass normalerweise eben in den Salons kein Fauxpas begangen werden durfte und sollte und dass man eben sich schon am Riemen riss und dass man schon überlegte, ist das jetzt richtig, was ich sage? Und insofern ist das vielleicht ein bisschen eine andere Ebene, wie sich jemand in einem privaten Brief äußert. Und die Salons sind natürlich ein Modell mit Zukunft gewesen. Die christlich-deutsche Tischgesellschaft war nach ein paar Jahren kaputt, interessierte keinen mehr. Die Salons hat es noch über 100 Jahre in Berlin gegeben und von Anfang bis Ende haben die Salonieren jüdischer Herkunft eine große Rolle gespielt. Und die Berliner Salongesellschaft ist also über 100 Jahre lang eigentlich ein Modell gewesen, eines sehr, sehr guten kulturellen Zusammenlebens, wo keiner danach fragte, ob man jetzt christlich-jüdisch oder Atheist oder sonst irgendwas war, sondern eine Gesellschaft, wo es eigentlich darum ging, dass man gemeinsame Interessen hatte und dass man sich unterhalten wollte und das andere interessierte eigentlich nicht. Also das ist schon etwas, was man vielleicht als Faktor der Kontinuität auch sehen sollte. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo Salons aufgrund der allgemeinen politischen, gesellschaftlichen Situation ein bisschen unter Druck gerieten. Zum Beispiel in der Restaurationszeit nach 1815, vor allem nach 1818, dann, da haben sich manche Adlige auch ein bisschen zurückgezogen aus den Salons. Sie haben für Weimar das für den Salon Johanna Schopenhauers ja nachgewiesen. Und das sind schon Tendenzen, die also zum Teil auch den Salon belasten konnten oder politische Auseinandersetzungen dann in der 48er-Revolution. Man hat versucht, in den Salonkreisen, die einen waren königstreu und konservativ, die anderen waren liberal, freiheitlich oder sogar mit demokratischen Ambitionen. Man hat trotzdem versucht, diese Gegensätze zu überbrücken. Und der Salon insgesamt hat das ausgehalten, auch wenn es immer mal wieder Krisenzeiten gab. Und das ist eigentlich das Interessante jetzt aus meiner Perspektive. Wenn man es aus längerer Sicht sieht, kann man eigentlich nur sagen, Salongeselligkeit hatte Krisenzeiten, aber ist letztlich ein Erfolgsmodell gewesen bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Vielen Dank. Also diese Form von sozialer Kontrolle, die in diesem halböffentlichen Salon, also es ist ja nicht wirklich öffentlich, aber es war eben ein Raum, in dem man nicht sozusagen intim untereinander ungeschützt redet, sondern man hatte eine gewisse Kontrollfunktion, die in der Gastgeberin gründet war. Also nochmal zurück, weil das ja doch eine zentrale Frage ist, der Emanzipation, der Frage der Utopie, der gesellschaftlichen Funktion dieser Salons. Dass sie langfristig wirkt, scheint mir außer Frage zu sein. Ihre Kultur besteht darin, dass sie auf der einen Seite Zwanglosigkeit erlaubt, also einen Freiraum, der gewisse Konventionen zurückdrängt. Nicht aufhebt, an keiner Stelle aufhebt, aber zurückdrängt. Und sozusagen als Gegenbalance hat Frau Dollinger hat es sehr schön in ihrem Buch gezeigt, es ist eben nicht erlaubt, bohem, als Gegenpol sozusagen als Balance ist, das würde ich mit Habermas so nennen, der Takt der Ebenwürdigkeit. Es ist also sozusagen eine Voraussetzung, dass man nicht beleidigt, dass man nicht demütigt, dass man nicht verleumdet, dass man nicht intrigant ist. Das ist ja, also wenn man Geselligkeiten und ein Zusammensein unser Thema, es gibt ja auch, ich habe einen Kollegen, einen Soziologen, der darüber arbeitet, über Gerücht, über Intrige. Ich meine, die Geselligkeit ist auf der einen Seite das unterhaltsame Gespräch, aber die Geselligkeit ist auch unglaublicher Herd von Intrige. Also insofern ist es, glaube ich, gut, wenn man das nochmal sich klar macht. Und jetzt aber, das haben Sie angesprochen, Frau Bodenkamp, dass das letztlich eine sehr disziplinierte und sehr in einem letztlich freien und zugleich riskanten Raum eine Gratwanderung ist. Immer und überall. Und das heißt natürlich auch für viele Romantiker, weil unser Thema ist ja auch die Romantiker, die romantischen Schriftsteller, dass sie aussteigen. Und wir haben ein ganz berühmtes Beispiel. Das ist Ede Hoffmann. Ede Hoffmann kommt von Bamberg kommend, wo er eine sehr deftige bayerische, fränkische Geselligkeit gelebt hat mit Kunz in der Weinstube. Der kommt über Dresden und Leipzig nach Berlin und inzwischen ist er schon ein relativ bekannter Schriftsteller von Jean-Paul eingeleitet, wird er erwartet in den Salons. Und was tut er? Er geht nicht hin. Er ist wirklich auf Affront aus. Er geht nicht hin. Wo geht er hin? Zu Luther und Wegner in die Kneipe. Und da in den Bereichen. Da würde ich übrigens sagen, die leben länger als wir meinen. Nicht vielleicht die speziell, aber diese Art von Stammtischgeselligkeit oder in Tischgesellschaft leben das ganze 19. Jahrhundert durch. Und auf der anderen Seite der Salon in seiner hochkulturellen Gepflegtheit, würde ich sagen, gepflegter Kultur ist für manche sozusagen Schriftsteller und Romantiker denn auch eher ein bisschen arg penibel. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, man muss das auch nachvollziehen können. Man wollte ja auch, Hoffmann war zu der Zeit ja schon ein bekannter Schriftsteller, als er nach Berlin zurückgekehrt ist. Man wollte ja auch nicht als Berühmtheit vorgeführt werden. Das ist ja in manchen Gesellschaftskreisen so gewesen. Man hat sich ja dann damit geschmückt, irgendeine berühmte Person einzuladen. Und das ist natürlich für die Betreffenden einfach peinlich und schrecklich gewesen. Aber andererseits muss man jetzt auch sagen, in den Berliner Salons hat man Hoffmann geliebt. Man hat ihn gelesen und man fand das wunderbar, weil man nämlich diese ästhetischen Tees, die bei Hoffmann so karikiert und satirisch dargestellt waren, das war ja die Konkurrenz zur eigenen Geselligkeit. Und insofern hat man also in dem guten Bewusstsein, dass man selber sowas nicht gemacht hat, hat man darüber sehr, sehr herzhaft gelacht. Und eins muss man allerdings sagen, in einem Salon ist Hoffmann tatsächlich nachweisbar, in Berlin bei Sarah Levy. Interessanterweise, die Verbindung kam natürlich durch ihren Neffen Julius Eduard Hitzig zustande, den Hoffmann ja in Warschau kennengelernt hatte, wo sie beide im juristischen Dienst waren. Und bei Sarah Levy ist er also gewesen. Und das hat ihn interessiert. Erstens war Sarah Levy's Salon damals noch nicht primär literarisch ausgerichtet. Also er ist zuerst 1806 da gewesen, aber auch dann später, als er das zweite Mal in Berlin war oder das dritte Mal, muss man sagen, in Berlin war. Sie war musikalisch eben eine Koryphäe in Berlin, eng verbunden mit der Sink-Akademie. Sie war eine Schülerin, Friedemann Bachs gewesen noch. Sie hatte Bach-Manuskripte und war also, ich sag mal, die Instanz für die ganze Familie Bach in Berlin. Und das interessierte Hoffmann natürlich. Und er ist deswegen also ganz gerne mit seinem Freund Hitzig zu Tante Sarah Levy gegangen. Aber er schreibt dann in seinem Tagebuch, leider gibt es nur wenige kurze Notizen, weil dann hinterher für die spätere Zeit keine Tagebücher mehr existieren. Aber er hat gesagt, zu Frau Levy, wo Leute Tee mit Rum getrunken haben und vernünftige Gespräche führten. Und das war eigentlich soweit ganz gut. Und dann hinterher ist er losgezogen und ist dann dahin gegangen in die Wirtschaften und Cafés, wo dann Rum mit Tee getrunken wurde. Also insofern muss man wirklich sagen, Salons waren nicht jedermanns Geschmack. Und das muss man den Leuten auch zugestehen. Ganz, ganz klar. Also halten wir fest, dass die Situation in der Frühromantik, in der berühmten Wohnsituation der Schlegels den Bedingungen eines Salons nicht entspricht. Und dann würde ich jetzt nochmal fragen nach der Geselligkeit von Johanna Schopenhauer. Und die Frage ist, lässt sich das und wie lässt sich das als Salon beschreiben? Ich habe mich mal genau darauf kapriziert und entschlicht und einfach die zehn Jahre, die ich mir vorgenommen habe, alles, was dort literarisch verhandelt wurde, sozusagen tagebuchartig aufgezeigt. Und in der Tat ist es natürlich kompliziert zu erforschen, weil das flüchtige Situationen sind. Ich würde in einem einzigen kleinen Punkt, Sie haben natürlich selbstverständlich recht, man kann nicht in einem Salon schreiben. Aber es gibt seltene Fälle, wo man sozusagen weitergeht als die Anregung. Das sind so netten Schlachten. Also sowohl in Jena, das ja jetzt kein Salon ist, das sage ich ausdrücklich, aber eben auch in Weimar, kommt Werner, Zacharias Werner und spielt im Salon mit dem Goethe. Das hat beide fasziniert. Sozusagen der eine fängt die ersten zwei Strophen an, der andere vollendet. In Jena wird gegen Merkel vor allem Satiren. Dreischwänziges, das wird erfunden, das ist eine Renaissanceform. Das ist das erste Mal in Deutschland, wo ein dreischwänziges Sonett, das sind im Ende nur zwei sonst, dreischwänziges Sonett, öffentlich in dem Abend vom Tieg und August Wilhelm Schläge gemeinsam produziert werden und die anderen lagen auf dem Boden verlachen. Also das gab es. Insofern, Entschuldigung, wenn ich jetzt da direkt, das inspiriert mich jetzt gerade so, aber das ist jetzt genau der Punkt. Die anderen haben sich kaputt gelacht. Das ist eine Situation im Salon gewesen, ein Höhepunkt, aber es ist letztlich ein Literaturspiel gewesen. Und das ist das, was im Salon möglich war, dass man eben, das ist eine ganz alte Tradition, das hat es auch schon in den französischen Salons des 17. Jahrhunderts gegeben. Man hat da zum Beispiel über La Rochefoucaux Maxime geredet und das ist in der Forschung allerdings umstritten, ob man das dann noch weiter gedichtet hat. Aber Tatsache ist, es hat immer Gesprächsspiele gegeben, es hat auch immer literarische Spiele in den Salons gegeben. Man hat also Verse gemacht. Das ist aber eigentlich nicht als literarische Produktion im engeren Sinne normalerweise aufgefasst worden, sondern eben als literarischer Schnörkel, als Spiel innerhalb des Salons. Und das ist ja gerade vom Spielerischen her auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort für die Salonkultur insgesamt. Und wie gesagt, wir kommen ja gleich auch noch zu Beispielen, wo es eben das Sympathisieren gegeben hat. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man es nicht zu ernst nimmt. Denn es wird in dem Moment, wo man sowas sehr zielgerichtet macht, wird es ganz, ganz leicht pedantisch. Und das ist ja die Sünde wieder den Heiligen Geist in den Salons. In dem Moment, wo man sowas spielerisch heiter macht und alle Leute freuen sich, ist das wunderbar. Und dann funktioniert das nämlich auch. Aber das ist, meine ich, so ein bisschen die Abgrenzung. Aber vom Grundprinzip her finde ich das ein wunderbares Beispiel. Also nun jetzt ein Beispiel aus der langen Sequenz, die ich mir herausgesucht habe, weil sie für mich auch für diese Frage, in diesem Fall in Weimar, dass eben ein überragender Schriftsteller sozusagen jetzt in einem Salon verkehrt, was das für eine Rolle spielt. Fouquet war beteiligt an dem Krieg gegen Napoleon und bekommt Dezember 1813 direkt von der Schlacht, die zunächst verloren war, nach Weimar und wird von Goethe eingeladen und abends von Johanna Schopenhauer ist er im Salon. Goethe ist anwesend. Die unterhalten sich gut und Goethe, wohlgelaunt, bittet und fragt, haben Sie denn was jüngst geschrieben und haben Sie Lust, es vorzutragen? Und Fouquet sagt, ja, selbstverständlich, tritt vor und erzählt, dass er bei einer kleinen Schlacht, die die Preußen verloren haben, anschließend folgendes Gedicht geschrieben hat. Alle waren, so berichtet Fouquet, nach dem Vortrag des Gedichts tief ergriffen. Nur Goethe sah still und wortlos vor sich nieder. Geistesgegenwärtig trägt der romantische Dikter Fouquet ein zweites Gedicht vor, das den glücklich errungenen Sieg über Napoleon in der zwei Tage später erfolgten Kulmer Schlacht besingt. Schön, sagt Goethe und fügt mit einem leicht ironischen Unterton hinzu. Umso erquicklicher, als er das erstere beinahe etwas penibel zu nennen war. Das ist deswegen für mich so eine subtile Salonstelle, weil er, es gibt andere Belegstellen, wo er über solche religiösen Gedichte anders rüde sprach. Und hier die Formulierung und diese Geistesgegenwärtig von dem Fouquet, es ist eine peinliche Situation. Alle sind ganz erschüttert, man muss sich die Kriegssituation wirklich vorstellen. Und dieses religiöse, dieses Bittgedicht, dieses Bitt-und-Dank-Gedicht zugleich, ist in dieser Situation in der Tat ergreifend. Und einer, auf den man natürlich schaut, sozusagen klingt sich aus. Der Fouquet ist geistesgegenwärtig, legt nach, wendet die Situation wundervoll und Goethe kommentiert genau richtig. Er sagt nicht nichts, sondern er sagt wunderbar, wie sie das gemacht haben, wenn das gerade, weil das Erste etwas penibel, das Wort penibel, das bei uns fast ausgestorben ist, ich würde es gerne wiederhaben, nicht nur in Salons. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass die Salon-Konversation sozusagen die physische Anwesenheit fordert. Denn das ist ja ein Beobachten von Reaktionen, die in der Präsenz geschieht, was sie jetzt hier geschildert haben. Und was eben nur möglich ist, wenn man beieinander sitzt und nicht über die Distanzmedien. Das andere Beispiel. Ja, mein Beispiel ist Gott sei Dank nach dem Friedensschluss dann. Das waren wieder bessere Zeiten, obwohl 1816 ein bisschen problematisches Jahr war, mit viel Regen, Missernten und ähnlichem. Aber kulturell ist es ein sehr fruchtbares Jahr gewesen. Wir haben in Berlin im Jahre 1816 die erste Aufführung der Faustmusik des Fürsten Anton Ratzivil. Wir haben im August 1816 die Uraufführung der Oper Undine nach der Erzählung von Fouquet. Und der Fouquet hatte auch das Libretto geschrieben. Und E.T.A. Hoffmann hatte das Ganze traumhaft komponiert. Und das ist also eine der schönsten Uraufführungen überhaupt im Berliner Theater gewesen. Und auch die Salonkreise haben an diesen kulturellen Ereignissen enormen Anteil genommen. Man war also ganz begeistert davon und speziell im Stelgemannschen Salon, der so ein bisschen in dieser Zeit eine besondere Rolle spielte. Es war ursprünglich ein bürgerlicher Salon. Also Friedrich August Stelgemann war einer der preußischen Reformer. Seine Frau Elisabeth kam aus Königsberg, wo sie zum Kantkreis gehört hatte. Sie war mit Reichert befreundet. Und sie hat also dann in Berlin auch einen Salon gehabt. Und das Interessante ist jetzt, sie waren frisch geadelt 1816. Also man sieht hier auch die Stände verfließen so ein bisschen, weil also viele verdienstvolle Leute damals geadelt wären. Sie verkehrten auch in der Hofgesellschaft, was aber nicht nur mit dem Adelspatent zusammenhing, sondern auch dadurch bedingt war, dass als der königliche Hof in Königsberg war, da waren Stelgemanns auch nach Königsberg zurückgegangen. Und da gab es also wirklich in der Exilsituation, da sind wirklich in diesen Exilsalons, die es dann auch in Königsberg gab, da sind wirklich die Standesschranken ganz gefallen. Und die Königskinder haben also mit den Bürgerkindern zusammengespielt und alles. Das war überhaupt kein Problem. Aber jetzt zu ihrer eigentlichen Frage. Im Stelgemannschen Salon 1816 gab es eine Filiation, der jungen Generation. Und das ist jetzt ganz interessant, weil die Berliner Salons ja ursprünglich auch eine Erfindung junger Frauen waren. Und speziell in der Romantik sind es immer wieder die jungen Leute, die also neue Dynamik in das Kulturgetriebe bringen. Und Elisabeth Stelgemanns Tochter Hedwig war damals 17 Jahre alt und ihr Bruder August war 19 Jahre alt. Und die hatten einen sehr interessanten Freundeskreis. Und das war die sogenannte Donnerstag Jugend im Stelgemannschen Salon. Die tagte in einem Nebenzimmer des Salons. Und zu dieser Donnerstag-Jugend gehörten unter anderem Wilhelm und Luise Hänsel. Wilhelm Müller, der Dichter. Friedrich Förster, der als Schriftsteller auch bekannt war, der also auch dekoriert gerade aus dem Befreiungskriegen wiedergekommen war. Er war ein Freund Theodor Körners gewesen. Und die jungen Mädchen schwärmten alle noch heimlich von Theodor Körner. Und es war also emotional auch sehr aufgeladen. Und gerade unter diesen jungen Leuten, es zählen noch viele andere dazu, die ich jetzt nicht aufzählen will, hat man wirklich auch mit großer Begeisterung, jetzt sind wir wieder beim Stichwort, Salon war eben nicht nur Kritik und vernünftiges Gespräch, sondern auch Begeisterung. Und unter diesen jungen Leuten hat man also auch wirklich begeistert Literatur gelesen. Man hat auch ein bisschen Theater gespielt manchmal. Und dann hat man eines Abends im November 1816 ein Schreibespiel, ganz unprätentiös angefangen. Und zwar war also wohl der Anstoß, dass der Opernkomponist, der Italiener Paisiello, der war gerade gestorben und der hatte also eine Oper, Die schöne Müllerin, schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Es gab Goethes Müller-Romanzen. Die schöne Müllerin war ein Volksliedmotiv. So. Und dann hat man sich überlegt, Wilhelm Müller war anwesend. Und die junge Hedwig als sozusagen stellvertretende Gastgeberin war Rose die Müllerin. Und jetzt sollten alle sich um Rose die Müllerin bewerben. Und jeder schrieb Gedichte. Wilhelm Müller musste natürlich den Müller-Burschen machen, ganz, ganz klar. Wilhelm Hänsel war der Jäger. Es wurden dann unterschiedliche Berufsstände auch repräsentiert. Luise Hänsel hat die Hosenrolle eines Gärtnerknaben übernommen. Friedrich Förster war der Junker. Und jeder hat dann Gedichte geschrieben, bewarb sich um Rose die Müllerin. Rose die Müllerin hat auch Gedichte geschrieben. Und das Verrückte ist jetzt gewesen. Die haben sich da gar nicht viel bei gedacht. Und es kamen einige sehr hübsche Gedichte dabei raus. Und dann entwickelte sich die Geschichte weiter. Es gab dann eine Eigendynamik. Rose die Müllerin hat dann nicht den Müller, der ihr so ergeben war, gewählt, sondern den stürmischen Jäger. Sie hatte die Farbe Grün so gern. Der Jäger war, ich sage jetzt mal, der temperamentvollere Liebhaber. Und der Müller-Bursche, wie man weiß, ertränkt sich dann im Mühlenbach. Und die ursprünglich angelegte Geschichte wird aber dann zu einem anderen Ende gebracht, weil das tat der Hedwig dann so leid. Dann hat Rose die Müllerin auch im Bach versenkt. Das war dann das Ende. Und der Gärtnerknabe beweinte das Ganze dann noch mit Gedichten. So weit, so gut. Die Gedichte waren, da waren einige bei, die waren besser als gedacht. Und die Erwachsenen im Salon interessierten sich dann auch dafür, sind rübergekommen. Gneisenau hat sich das angehört. Clemens Brentano kam sehr gerne immer zur Donnerstagsjugend rüber, weil er nämlich ein bisschen in Luise Hänsel verliebt war. Das heißt mehr als ein bisschen. Ludwig Berger war übrigens auch in Luise Hänsel verliebt. August Stegemann war auch in Luise Hänsel verliebt. Und Wilhelm Müller auch. So. Und dann hat Ludwig Berger gesagt, hier, da sind einige Gedichte so gut, das muss ich vertonen. Und dann hat es tatsächlich diese Lieder aus einem gesellschaftlichen Liederspiele gegeben, ist auch dann gedruckt worden. Und diese von Ludwig Berger vertonten Urmüller-Lieder, wie ich es mal getauft habe, sind wirklich ganz, ganz reizend. Das ist natürlich nur eine verkürzte Version des späteren Zyklus. Die Müllerin erscheint sehr viel liebenswürdiger als die spätere Müllerin, die von Schubert vertont worden ist. Und das Interessante ist nun, dass die bergersche Vertonung, auch typisch für diese Zeit, die ist ganz dicht an den Texten dran. Ähnlich wie das Reichert-Kompositionen und Zelter-Kompositionen mit Volksliedern und Goethe-Liedern gemacht haben, die versuchen dem Text zu dienen. Das hat Ludwig Berger auch gemacht. Der war sehr einfühlsam. Der hatte das ja auch alles mitgekriegt. Und das ist dann die erste Phase gewesen. Ein gesellschaftliches Liederspiel, was dann auch auf die Nachwelt überliefert ist. Denn das Problem ist ja immer Skriptamahnend, Werber Wohland. Wenn nicht irgendwas aufgeschrieben ist, dann hat die Nachwelt nichts davon. Aber die Sache hatte noch mehrere Nachspiele. Ludwig Berger hat dann Wilhelm Müller, der die besten Gedichte eindeutig geschrieben hat, gedrängt, einen ganzen Zyklus selber zu schreiben. Wilhelm Müller hat dann Motive aus diesem Urmüller-Liederspiel aufgenommen. Auch teilweise von Hedwig die Liebefarbe, also das Grün, mit aufgenommen und hat dann seinen Müller-Lieder-Zyklus, der dann in den 77 Liedern eines Waldhornisten erschienen sind, 1820, dann ausgebaut. Aber die Geschichte ging dann nochmal wieder weiter. Und jetzt kommt was, was sehr, sehr erinnert an die Geschichte von Sarah Mayer und dem Wärter, der aus dem Fenster geworfen wurde. Wilhelm Müller hat seinem Freund Wilhelm Hänsel, Müller war inzwischen in Dessau, wieder Wilhelm Hänsel hatte sich in Fanny Mendelssohn verliebt. Und was macht Wilhelm Hänsel? Er nimmt sein Exemplar mit den Müller-Liedern, also Waldhornisten-Liedern, schreibt auch eine Widmung rein und überreicht das Fanny Mendelssohn zu Weihnachten 1822 auch als Liebeserklärung. Ergebnis kann man sich denken, Lea Mendelssohn, streng wie sie ist, nimmt ihrer Tochter das ab. Das gehört sich einfach nicht. Sie kriegt aber eine andere Ausgabe dann auch geschenkt. Und Fanny Mendelssohn hat tatsächlich auch einige von den Müller-Liedern dann komponiert. Drei, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und insofern zieht sowas Kreise. Das heißt, Poesie, Komposition wird immer weitergeführt. Und es gibt einen Dialog auch mit späteren Leuten, die da zustoßen. Und die berühmte Vertonung der Müller-Lieder ist dann die Schubertsche-Vertonung gewesen, die Wilhelm Müller aber gar nicht mehr erlebt hat, weil er zu dem Zeitpunkt schon tot war. Und das ist etwas, was also sehr spannend ist, weil wir da wirklich nachvollziehen können, wie sowas in einem Salon als sympathisieren und dann auch noch mit Komposition obendrauf passiert ist. Aber man muss auch sagen, das Ganze ist nur spielerisch gewesen. Und im Alter Hedwig Stegemann, spätere Frau von Olfers, die dann jahrzehntelang auch noch einen Salon in Berlin hatte, die ist als alte Frau von Max Friedländer, der darüber dann einen Aufsatz geschrieben hat, interviewt worden. Und da hat sie gesagt, hier, ich werde da als schöne Müllerin gefeiert. Das ist gar nicht hoch aufgehängt gewesen. Das ist ein ganz einfaches Schreibespiel gewesen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und unsere Gedichte, Hedwig Stegemann hat dann später auch noch Gelegenheitsgedichte, sogar hübsche Gedichte geschrieben, aber sie hat das nie ernst genommen. Sie hat gesagt, das einzig Wichtige war, Wilhelm Müller hat da richtig tolle Gedichte gemacht. Aber man soll das überhaupt nicht überinterpretieren. Das ist nichts Großartiges gewesen. Die haben Spaß dran gehabt. Und das ist der springende Punkt. Also hier können wir also das spielerische fassen. Und das ist jetzt nicht mit irgendeiner großen Intention gewesen, sondern das war was Spontanes. Und jetzt haben wir ein wichtiges Stichwort für die Romantik überhaupt. Diese Spontanität, die so schwierig im Nachhinein zu fassen ist, die aber dann doch eigentlich das attische Salz sozusagen der Konversationsgeselligkeit und auch aller sozialen Interaktionen, die im Salon eben zwischen Menschen stattfanden, eine große Rolle gespielt hat. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist das, was Rahl-Lewin-Farnhang ja im Nachhinein über die Zeit vor 1806 vor allem gesagt hat. Diese Konstellation von Grazie, Witz, Drangideen zu entwickeln, das ist was ganz Besonderes gewesen. Natürlich haben wir grundsätzlich die Schwierigkeit, dass die mündliche Kultur des Salons für uns ja nur indirekt greifbar ist oder in solchen besonderen Ausnahmefällen, wo das dann so berichtet worden ist, in dem einen wie in dem anderen Fall. Haben wir hier Erzählungen über Salonereignisse. Wir haben jetzt gehört an verschiedenen Beispielen, wie die Literatur den Salon inspiriert und wie dann der Salon aber wieder die Literatur inspiriert. Also das ist eine sozusagen kommunizierende Röhren. Es geht ineinander über. Ich würde gerne jetzt zum Schluss wirklich nochmal die Frage stellen, was bleibt vom Salon? Wie sieht es aus? Das kann man sagen, dass der Salon, Sie haben es vorhin gesagt, bis zum Ersten Weltkrieg existiert hat und danach nicht mehr. Gibt es Formen, in denen wir heute Ähnliches erleben? Wie sehen Sie das Ende des Salons? Ja, also ich würde sagen, man kann also das Ende der Salonkultur ungefähr mit dem frühen 20. Jahrhundert ansetzen, weil da einfach das Netz der Salonkultur, das es verschiedene Salons in den Städten gegeben hat, die auch miteinander interagiert haben. Das wurde damals immer weniger. Angesichts der Konkurrenz von anderen Freizeitbeschäftigungen, Sportreisen, Massenmedien, aber auch überhaupt die Hektik der Gesellschaft. Und eins ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Es hat das ganze 19. Jahrhundert hindurch immer noch wieder Salons, auch mit Blütezeiten, dann auch mal wieder mit Durchhängerzeiten gegeben in verschiedenen europäischen Städten. Das wird aber dann um 1900 einfach immer weniger. Das hat aber nicht nur den Grund, dass es viel Konkurrenz sonst im gesellschaftlichen und Freizeitleben gab, sondern das hatte auch ein bisschen was zu tun mit der geänderten Rolle der Frau. Die Salons sind ja eine Art Generalprobe der Frauenemanzipation gewesen, aber irgendwann brauchten die Frauen auch den Salon nicht mehr. Sie mussten sich nicht mehr im Salon beweisen, dass sie gleichberechtigte Gesprächspartner waren. Wir haben eigentlich schon im 19. Jahrhundert das Phänomen, dass Frauen sich außerhalb ihrer Salonierentätigkeit auch engagiert haben für Frauenbildung. Die haben also zum Beispiel den Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen in Berlin gefördert. Die ersten geselligen Sitzungen der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen, die haben also wirklich eine Künstlerinnen-Schule aufgebaut, die haben Ausstellungen gemacht. Aber die ersten Versammlungen sind von Salonieren in Berlin, von Maxe Greif in Oriola, der Tochter von Bettine von Arnim, von Marie von Olfers, die selber auch Künstlerin war. Die sind also wichtige Mitglieder damals gewesen. Da haben die Kunstfreundinnen, sprich darunter waren viele Salonieren, die haben den jungen Künstlerinnen geholfen. Erstens, den Makel des Künstlerinnenberufes hörte sich sofort nach Bohem an. Also Nina von Olfers schreibt einmal, das war eine Tochter von Hedwig von Olfers, ich beherberge hier gerade mal eine junge Dame. Sie wird Malerin unter Heulen und Zähneklappern der Familie. Das ist wohlgemerkt 1870er Jahre noch. Und da haben also Damen der Salonkreise geholfen, dass junge Frauen eine Berufsbildung kriegten, sei es als Künstlerin oder auch der Lette-Verein und das Viktoria-Luceum. Diese Frauenbildungsinstitutionen, die sind sehr, sehr stark von Salondam unterstützt worden. Viele waren auch irgendwo dann im Vorstand aktiv. Und diese Tendenz ist natürlich etwas gewesen, was nicht im Salon stattfand, sondern außerhalb des Salons ein Engagement war. Es hat Salonieren gegeben, die haben sich nicht direkt in der Frauenbildungsbewegung engagiert. Die haben aber für Frauenbildung geschrieben. Das war Fanny Lewald, auch eine Berliner Saloniere, die aus Königsberg nach Berlin kam. Die hat also wichtige Schriften zu Frauenbildung und Frauenemanzipation verfasst. Die hat eben vor allem publizistisch wirken wollen. Aber damit haben sich, um es ein bisschen krass auszudrücken, natürlich in mancher Hinsicht die Salons selber das Wasser abgegraben. Frauen hatten andere Möglichkeiten, kulturell tätig zu sein, nach außen zu wirken, nicht eben nur im Haus. Frauen konnten Karrieren doch anfangen als Künstlerin. Es hatte nicht mehr dieses Stigma, wie es früher hatte. Die Schriftstellerinnen haben auch nicht mehr anonym publiziert. Die haben unter ihrem Namen publiziert. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass es das Abitur für junge Frauen gab, dass es dann 1908 das Frauenstudium gab. Man konnte auch studieren, akademische Karrieren anstreben. Und in dem Moment waren also die Salons eigentlich nur noch ein bisschen so Zusatzfreizeitbeschäftigung. Und vorher war es ein bisschen auch Lebensinhalt gewesen für diese Frauen. Denn man musste sich darauf konzentrieren. Es brauchte Zeit. Es brauchte auch Engagement. Und eine berufstätige Frau kann nicht nebenher noch ohne weiteres einen Salon führen. Es hat in der Spätzeit tatsächlich einige solche Sachen gegeben. Die Schriftstellerin Emma Wehly, die hat allein aus dem Grunde einen Salon gemacht. Ein Jour fix pro Woche. Da hat sie Zeit gehabt. Die restliche Zeit musste sie schreiben als Journalistin und Schriftstellerin. Einen Abend hat sie Gäste empfangen. Das war aber dann, jetzt bin ich wieder beim Schreiben, wie Professor Oesterle das eben für die Romantik sagt. Sie hat aber diesen Salon nicht ganz selbstlos gegründet, sondern es war ihr wichtig, andere Schriftsteller kennenzulernen. Und sie hat dann Präzensionen geschrieben. Sie hat über irgendwelche Neuerscheinungen geschrieben und so. Und insofern ist das ganz interessant. So was sind eigentlich Phänomene, die über den eigentlichen Salon hinausweisen, weil es schon wieder instrumentalisiert wird, was es in der idealen Form eigentlich nicht ist. Aber das Hauptproblem war eigentlich, der Salon hatte keinen Nachwuchs mehr. Es gab bis 1914 die großen alten Damen, zum Beispiel die Fürstin Marie Ratzivil, die noch einen französischsprachigen Salon in Berlin hatte, wo die Diplomatie und Hofgesellschaft verkehrt hat. Es hat noch zahlreiche wirklich bedeutende Salons gegeben. Künstlerische Salons, zum Beispiel Felicie Bernstein, die hat eine wunderbare Impressionistensammlung. Das waren die ersten Impressionisten, die in Berlin zu sehen waren, die sie mit ihrem Mann aufgebaut hatte. Also das sind Salons gewesen, die noch bis ins frühe 20. Jahrhundert eine totale Ausstrahlung und ein Flair hatten, was, wie Max Liebermann über den Salon von Felicie Bernstein geschrieben hat, was ihn an den Salon der alten Henriette Herz, so wie er sich das vorstellte, noch erinnert hat. Aber es wurde schon irgendwo um 1900 als Spätphänomen, als ein auslaufendes Phänomen. Im Grunde sagen Sie ja, also ich finde die Formulierung eine Generalprobe der Emanzipation, den Salon so zu beschreiben, dass in dieser Funktion zumindest, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, er überflüssig geworden ist. Beziehungsweise die Situation hat sich so verändert, dass eben dieses Tätigkeitsfeld für die nicht berufstätigen Frauen nicht mehr gefüllt werden konnte, weil sie berufstätig wurden. Genau. Es waren immer weniger intelligente und kultivierte und kunstbegeisterte Frauen da, die sowas überhaupt machen wollten. Die hatten jetzt andere Sorgen. Jetzt könnte man sagen, damit ist der Salon so erfolgreich, dass er nicht mehr notwendig ist. Aber das ist natürlich wirklich nur ein Aspekt des Salons. Das ist nur ein Aspekt. Sabine Lepsius, die ja selber Malerin war und auch noch einen Salon geführt hat, wobei sie eigentlich auch, es spricht ja keiner von seinem eigenen Salon. Es gehört immer Understatement dazu. Man spricht von seinem T-Zirkel oder von seinem Kreis einfach und Sabine Lepsius sprach von ihrer Insel, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, der auch Maler war, Reinhold Lepsius, geführt hat. Da hat sie schon noch Leute gesehen, aber sie hat selber auch die Grenzen des Salons erkannt und sie hatte auch nicht mehr so viel Kraft und Zeit, da rein zu investieren. Sie hat aber eben gerade aus diesen Gründen eine kleine Schrift kurz vorm Ersten Weltkrieg geschrieben, vom Aussterben der Salons. Und da führt sie also mehrere Faktoren auf. Sie war übrigens sehr mit Georg Simmel befreundet und da hat Georg Simmel wahrscheinlich auch sehr viele Ideen aufgeschnappt. Und sie sagt also, das ist einmal dieses Emanzipationsphänomen, das ist zum anderen die Hektik der Gesellschaft. Man hat nicht mehr die Zeit. Man muss sich das klar machen in den Blütezeiten der Salons, die Leute hatten abends Zeit. Und ein wesentlicher Punkt, sagte sie auch, die Leute haben nicht mehr die innere Ruhe. Das ist ganz wesentlich. Und die Gespräche verändern sich. In dem Moment, wo Frauen auch gebildet sind, nicht nur außer Konkurrenz sozusagen, sondern wo Frauen auch eine Karriere oder einen Beruf haben, da ist die Frau plötzlich Konkurrenz. Und da gibt es nicht mehr so freie und unbefangene Gespräche wie vorher. Jetzt will ich gerne Günter Oesterle die Chance geben, auch noch was zum Ende des Salons zu sagen, wenn er möchte. Also wirklich nur sehr ganz, ganz kurz. Ich kann dem allem zustimmen, die Salonierin würde ich sagen, wer würde sie fortkürzen? Das ist schon im 19. Jahrhundert, zeichnet sie sich ab, dass ihr vorgeworfen wird, maniehaft zu sein, affig zu sein sozusagen. Das Problem wird immer stärker. Und da hat sie völlig recht. Nur in einem Punkt, das ist auch schön, wenn wir das am Schluss nochmal pointieren, so sehe ich das sozusagen anders. Das Salon hat von Anfang an genetzwerkt. Aber die Forschung hat das bisher immer etwas despektierlich gesehen. Die Johanna Schopenhauer wird für eine Forschung auch heute noch höchst sozusagen despektierlich behandelt, weil sie so offen Netzwerk für Goethe geknügt hat und für sich selbst. Und ich würde sagen, zwei Dinge haben überlebt. Die von Simmel dargestellte Grundproblematik, dass Geselligkeit zwei Schwellen hat. Nach oben, nicht dogmatisch, nach unten, nicht zu intim, ist geblieben. Das Problem taucht immer in verschiedenen Geselligkeitsformen auf. Und anstelle der Salonierin ist jetzt die offene Netzwerkerin geworden. Die gibt es immer noch. Gerade ist ein Buch erschienen, Salons in Berlin in der Gegenwart. Also der Versuch wird ständig gestattet. Der Versuch scheitert fast immer. Aber eine Umschichtung, würde ich sagen. Etwas, was es immer gab, die Brokerin, die Netzwerkerin, auch im französischen Salon ganz deutlich, bei Rahel ganz deutlich, bei Johanna offensichtlich, tritt sozusagen jetzt nach vorne. Und die Salonierin des Einst, die sozusagen die Dame des Hauses war, die verschwindet. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein schöner Schluss im Blick darauf, dass wir den Salon auch als Idealvorstellung im Grunde immer noch vermissen, weil er uns ja die Vorstellung, unabhängig davon, ob es wirklich so gewesen ist, ja vermittelt, dass es eben möglich ist, aus ganz unterschiedlichen Richtungen in ein gemeinsames Gespräch zu kommen, was auch wirklich diesen Namen verdient. Ein gemeinsames Gespräch zu sein, wo man aufeinander hört und einen Gesprächsfaden entwickelt, in einem solchen geschützten, aber eben doch nicht intimen Raum. Vielen Dank an Frau Dollinger und Herrn Oesterle für ein anregendes Gespräch über den Salon in der Zeit der Aufklärung und der Romantik zwischen Ideal und Wirklichkeit. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen.